Jetzt kommen die Veranstaltungshinweise mit Lukas. Ja, ich erkläre euch jetzt, oder erzähle euch besser gesagt, was im nächsten Monat bis zu unserer nächsten Sendung alles so von Amnesty her los ist. Erstens wird anlässlich des Tags der Menschenrechte am 10. Dezember unsere Menschenrechtsbildungsgruppe den Briefmarathon an Schulen veranstalten. Von Amnesty wird nämlich vom 28. November bis zum 23. Dezember der Briefmarathon veranstaltet, bei dem Schüler, aber auch jedermann einfach online beispielsweise daran teilnehmen kann. Beim Briefmarathon schreiben hunderttausende Menschen in allen Teilen der Welt innerhalb weniger Tage Millionen Briefe. Sie drücken darin ihre Solidarität mit Menschen aus, deren Rechte verletzt werden und appellieren an Regierungen, die Menschenrechte zu achten. Konkrete Fälle von Menschenrechtsverletzungen werden dabei als Vorlagen bzw. Möglichkeiten angeboten. Alle Informationen können auf www.amnesty.de nachgelesen oder bestellt werden. In der Nacht vom 23. auf den 24. November ist wieder die lange Nacht der Universität, bei der wir mit einem Infostand im Kollegiengebäude 2 der Universität Freiburg vertreten sein werden. Alle Vorträge werden im Audimax des Kollegiengebäudes 2 gehalten und der Beginn ist am 23. November um 19 Uhr ST und endet am 23. November um 6 Uhr morgens CT. Vom 24. bis zum 26. November findet wieder das bundesweite Jugend-at-Amnesty-Treffen in Karlsruhe statt. Es treffen sich viele Amnesty-Mitglieder, um sich zu vernetzen, sich in Workshops zu informieren sowie zu diskutieren und eine gemeinsame Aktion zu starten. Jedes Amnesty-Mitglied, das bis zu 27 Jahren alt ist, ist automatisch Teil der Amnesty-Jugend. Am 30. November nimmt die Anti-Todesstrafen-Gruppe wieder mit einer Aktion auf dem Augustinerplatz am Cities for Life Day teil. Dieser Tag ist eine internationale Aktion von Städten und ehrenamtlichen Gruppen, die sich gemeinsam für die internationale und ausnahmslose Abschaffung der Todesstrafe einsetzen.